So, noch einmal eine Einladung für alle, die interessiert sind an das Seminar, die Kraft, die in mir wohnt. Das Seminar am 5. April beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr bis 22 Uhr. Es ist wieder sehr interessant. Das Motto ist nicht ganz ungewöhnlich. Viele haben über diese Kraft schon mal nachgedacht, aber nicht richtig. Es geht darum, herauszufinden, was in uns wirklich wirkt, was uns wirklich antreibt. Können wir diese Kraft selektieren? Können wir die Kraft hervorholen? Können wir diese Kraft bearbeiten? Zeig, bearbeiten, in unser Leben hineinarbeiten. Können wir mit dieser Kraft, ich sag's mal so schön, schwanger gehen? Können wir diese Kraft uns nutzbar machen? Das ist genau das Thema, was ich am 5. April in diesem Seminar bearbeiten möchte. Und dazu lade ich euch alle recht herzlich ein, zu diesem spannenden Samstag. Ich habe extra die Zeit um 15 Uhr gewählt, weil dann die meisten Menschen in einen hohen Modus umschalten. Das heißt, in einem Spannungsmodus. Es ist Wochenende und man hat viel mehr Zeit, um ihn in sich hineinzufühlen, zu spüren, weil die meisten Aktivitäten in der Woche dann nicht mehr da sind. Also, ich lade euch jetzt nicht ein, am 5. April um 15 Uhr. Anmeldung, anmelden könnt ihr euch bei mir, bei mir, Robert G. Hannier, 04961 768354. Oder ihr schaut auf meine Homepage www.familienstellen-und-lebensberatung.de Ich freue mich auf eure Anmeldung und ich freue mich ganz herzlich, euch auf diesen schönen Samstag persönlich begrüßen zu dürfen, hier und jetzt. Danke.